Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Earth Modus in League of Legends mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und mit dem Hängerboy und ich gehe sofort mit, naja, Kassadin Full AP, oder? Ja, ich denke mir vielleicht Sonyers oder Brother of Ages ist vielleicht ganz gut. Was ist denn bei mir gut? Rod of Ages ist bei dir auch. Ja, ich denke schon. Aber der gibt halt beim Aufstieg halt Leben und Mana. Ich bin lieber Top gelaufen. Das kommt ein anderer Ficker. Ich kriege doch lieber das hier. Ich bin auf meinem Weg. So, läuft bei uns. Hallöchen! Ah. Ding 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 Ding. Kassadin Fires in Orb. Okay. Das verstärkt den Nahkampfangriff des... Kassadin draws Energy vom Spell. Mhm. Okay. Vorrücken vorrücken. Vorrücken! Vorrücken! DIN! 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 Aber hier müssen wir jetzt dann auch auf Ganken aufpassen, ne? Ich habe auch mein W noch nicht. Ich habe nur die Kuh. Ja, mit Wege kann ich faszinieren. Erstmal Dance. Für dich. Mach dich flash. Musst du mich frischi? Ich dance mal voll ab hier. Oh. Oh. War so klar, dass der Wege den ersten Kill bekommt. Naja, in unserem Team haben wir Draven, Lissandra, Morgana. Oh mein Gott, wir haben Brand hier. Weißt du wie Brand funktioniert? Ja, der kann die ganze Zeit dieses Scheiß Ding von unten hoch. Weißt du wie sein Stunt funktioniert? Nein. Wenn er dich einmal entzündet hat. Mit irgendeiner Fähigkeit. Dann Stunt er dich mit der zweiten Fähigkeit zu trift. Ok, mit der zweiten. Der Xenath wird natürlich auch böse hier oben. Müssen mega defensiv spielen. Ja. Aber ab Level 6 wird's krass für mich. Mit mega wave clear, ne? Ja. Ja, du. Ich erwischt. Fuck. Das tut ziemlich aua aus. Der Xen wartet da drin schon. Ich hab nicht die Ranges hier rein. Oh. Warte. Hihi. Der Penner. Alter, da ist schon Stufe 2 der Penner. Ja, spring mich an. Sehr schön. Au. Alter, ich hab grad voll die Framelacks. 40 Frames. Natürlich. So. Du gehst aber nicht vor, oder? Nein, nein. Stoning. Unterbiss dich, Junge. Kill ihn! Was sind du die? Wieder anruhen gemacht. Okay. First time Cassatin. Läuf. Cassatin vor allem. Cassatin. Ist das echt ein first time Cassatin? Yo. Der ist free to play, Junge. Wieso? Wie oft hast du schon Lissandra gespielt? Nicht so oft, so wie ich weiß. Huiiii. Und das ist ja kein Rank, Junge. Einfach rein. REIN! Schade. Ich follow you up. Wie er mich haben will. Auf jeden Fall. Wie er mich haben will. Auf jeden Fall. Na na. Wie er mich haben will. Was sieht der mich da drin? Hier ist erstmal weg. Ja du. Du. Das tut ganz schön weh. Ja. Das Rand macht Auer. Ja. Okay. Knapp. Ja. Ok. Ja genau. Aber das trifft mich wieder. Hau rein. Immer nur die Q machen. Los. Ich muss auch poken. Du musst poken. Ich kann das nicht. Ich poke. Was ist das für eine krasse Range der Typ? Hier flasht. Hier flasht. Bin gleich wieder da. Treffen Junge. Deine Hand ist irgendwie langsamer als sein Q. So. Mehr AP. Er wird noch genauso gut ein Wave Clear. Wenn du deine Hände und down machst. Deine Hand da. Die werden halt angezeigt. Das ist das Problem. Oh da kommt einer. Pass auf. Pass auf. Alter Vater. Junge. Er wird nicht leben. Schau mal wie ihr drin kennt. Diese kleinen Drexer. Kleine Drexer. Alter. Wie nehm ich immer noch trifft da oben. Kleine dreckige Räute. Natürlich von. Von hier bis hier schießt er. Alter. Die übelste Revenge. Dexin wartet nur darauf, dass er drauf springen kann. Ja. Ice Morgana macht den Shutdown beim Vega. Endlich mal. Den. Der Camp kann man schön. Ja. Vielleicht haben wir wieder die Kuh angeflogen. Bam in die Fresse. Ein bisschen nur Level 6. Ich bin jetzt ein. Die haben hier hingeworben. Halben Balken noch. Da ist ein Wort von denen. Guck mal das kann ich auch. Das könnte durchgehen. Das ist meine eh wieder ready. Das gibt's doch nicht. Oh, leider hat er uns erwischt. Aua. Ja. Brauche ich mich nicht. Ah, das muss schon weggehen. Naja. Kannst ja machen. Aua. Der hat beim Recall ist stört. Katharina Mitte ist natürlich auch sehr fies. Unser Draven kann nix gegen die machen. Catchen. Fischen 3-1. Ja. Läuft bei dir. Nein. Kann mitten durch. Vollidiot. Wer mich haben will. Ja. Wieso schießt der Tower eigentlich nicht auf den, der mich angreift? Das ist richtig räudig. Räudiger Tower. Ähm. Läuft. Scheiß auf Schuhe. Hast du Schuhe? Ja. Ah, ich hab Ulti, by the way. Ja, ich noch nicht. Boah, noch D-Wave. Okay, jetzt hab ich Ulti. Lass mal sehen, was sind die Abklingzeiten. Drei Sekunden. Ich glaub, der kämpft da auch wieder so drin. Kann er fix sein. Kleiner Reudiger. Ähm, ja. Schöne Ulti, aber... Bringt ihn nicht hier. Ja. Alter, Brand ist so stark. Ja. Läuft bei uns. Naja, unser Team verkackt auch. Ne, Botline läuft eigentlich gegen Vega sogar. Die Morgana, die haut ihre Cues nur so um sich. Hehehe. Sport dich rein. Hallo? Ja. Sonst bricht meins wieder ab. Ach ja. I guess. Moment, dass da wieder einer drin steht. Ja, auch nicht. Kommen wir mal auf Katharina. Ja. Sind die alle? Alter, die Cutter, die macht alle weg. Lass mich zuerst rein. Okay. Hab ich noch nicht oben bleiben können. Er hat jetzt gesehen hier irgendwo, pass auf, ne? Nein, die sind beide oben, siehst du doch. Ne Frage, wenn, mit, mit meiner E, kann ich die nicht eigentlich, ähm... Wie heißt das, wenn sie keine Fähigkeit mehr zünden können? Dann ist sie. Oh ja. Alter, wir gehen nicht schnell drauf hier. Wie sehen, keiner Daumen bekommt den Brand. Hehehe. Keiner kriegt den Daumen. Echt jetzt? Na, endlich. Und Cutter macht euch platt. Alter. So, warte. Ja, ne? Da geh ich nicht hin, da kommt ein Blitzcrank. Checken machen. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Ein bisschen? 042 sagt. Ich bin richtig gut mit Kasadin. Das ist wie mit der Kali. Oh, wer mich hooken wollte. Da unten ist ein Blitzcrank, by the way. Das ist wie mit der Fotze. Wie er wegrennen. Wie er grabben will. Ich mach grad Redbuff, ne? Ich bin schon da. Echt jetzt. Vega killt mich. Wo warst'n du? Bist du abgehauen? Ich bin mit raus. Nee. Ich hab alles reingehalten und bin mit raus. Ich bin extra reingekommen. Ich bin doch mit reingegangen. Du bist rausgegangen, als ich rein... Ja, weil ich gestorben sind. Ab und zu ist das Spiel wirklich am... Boah, diese Cutter, ne? Die kann machen, was sie will. Mit 7-3. Ein Vega mit 7-2. Der Brand ist gar nicht so gefielder. Er hat nur 2-2. Xin ist mehr gefielderter als Brand. Der hat 5-2. Wo bin ich denn? Ein Enemy has been slain. Shutdown. Ich brauch mal hier Hilfe in der Mitte. Ich komm. Gank. Ja, die VG sind warte schon weg. Die sind extra weggeflasht. Mal drive mal alleine hier unten. Oh, der macht die, oder? Ja. Fickster. Was ist? Ich hab mal Recall abgeklopfen. Ich nicht. Das war die andere. Und du musst dich nicht direkt neben den Birdies recallen. Doch, muss ich. Ja, flashen nicht. Flashen. Kann auch noch flashen. Haha, für ne Wutze. Oh, weh. Die lassen die an mich rankommen, ey. Natürlich lassen die an mich rankommen. Boah, wie ich mein Recall... Ja, das haben wir verloren. Boah, nächste... Nächste... Boah. Wir hätten echt Niederlebe wurde aber leider gebannt. Das ist das Problem. Flaschen sie gleich rüber, pass auf. Ich bin tot, alter. Wie lang denn noch? Neun Sekunden. Ich bin tot. Als du möchtest. Wie er für mich flasht. Ich find's so niedlich. Yes! Der Turm hat einen! Nur noch drei übrig. Was soll ich jetzt allein gegen die machen? Nix. Ah, jetzt kommt der Morgana. Wenn Morgana's denn mal hitten würde, dann könnte man ja was machen. Alter. Dein Affecker! Jetzt killt... Oh, Alter. Und die Katharina rammt auf. Oh, nice, Morgana. Jetzt killt er mal den Blizzcrank. Oh mein Gott. Draven, du machst das. Ich hab mein Krieg gemacht. Ich hab mein Flächendamage gemacht. Ich bin voll rein. Und jetzt... Alter. Alter, wenn ich die noch gekriegt hätte, hätt ich gelacht. Aber richtig. Es ist geil, der Modus. Ich bin zu geil. Kasselin. Läuft. Nice. Ja. Yooy. Boah, ich find die Abklingzeit noch ein bisschen zu krass. Och, ich brauch eine Sekunde Abklingzeit minimum. Alter, die gehen mir hart auf die Fresse hier. Ah. Ich bin grad noch am Minions abwerden. Ich merk grad, ich brauch eindeutig mehr HP. Oder... Bei irgendwas. Verfolgt denn die da? Nice. Ja, okay. Oh, shit. Oh, da ist ein Blitzcrank. Hi. Ja, warte mal du hoch. Ich warte mal runter. Pass auf, da steht ein Blitzcrank hier. Ja. Was macht denn der? Das wir in die andere Richtung grabben. Ja, ich denk die Scheiße aber nicht hier. Okay. Hoppen, voll rein. Oh, oh. Ja. Wie sie mich haben will. Ich kann da nix machen. Ich hab zu wenig AP gearbeitet. Draven, du gehst zu cheat. Nice. Nice. Und Draven bekommt die Kills. Natürlich. Vorsicht, da kommt... Okay. Wir müssten da machen, oder? Ich kann mal hoch hier. Alter, der Xen. Okay. Alter. Ich seh den nicht. Okay. Der macht den Triple Kill. Der macht jetzt einen Penta. Komm, schön. Schön, schön. Ich seh den nicht. Ich hab alles reingehalten, was ging, aber ich glaube, ich hab alles daneben gehalten. Ja, du hast alles daneben gehalten. Oh, ja. Komm schon, Gift. Nice. Die sind hinter dir. Das ist... Ich seh es nicht. Ich hab... Ich hasse es, wenn ich mich auf meinen Charakter... Nein, es läuft bei uns. Ich bin richtig gut mit 1,7. Cassie, den war schon mal stärker. Den hab ich mal vor, der Season 3 gespielt. Da war er richtig... Premium. Aber inzwischen haben die den so genervt. Kann ich noch auf Abklingzeit gehen? Ich brauch aber irgendwie Rubberdons immer noch. So. Jetzt müssen wir die Minutes wegmachen. Nice. Hey, das war meiner. Schau mal, wie der mich wieder runtergefeilt hat, der Typ. Sein Scheißfeuer macht so viel. Auch heimwacht. Die Bütter haben wir auch gleich wieder. Nice. Wir halten uns. Dann könnten wir es ja fast noch... Boah, ich hab 31 Farmen. Und du? 79. Na, läuft bei uns. Ich glaube, ich hole mir zwölfe. Noch keiner als die meisten. Nice. Ich glaube, ich hole mir jetzt Red Buff. Ich komme bitte. Ja. Echt jetzt? Der hat... Der hält einfach meinen Ulti auf. Seinen Ulti auf mich drauf. Komm schon. No. Alter, wie viel hat der noch? Ah, es sind beide tot. Alle tot. Nice. Alle tot. Cool, das Ding. Ja. Mach ich öfters. Einfach mal eiskalt in den Stunt vom Vega rein geflasht. Und dann wollte ich gerade meine Ulti ziehen. Und dann ich so. Scheiße. Und langsam sind alle tot. Gleck mir Marsch. Oh, geil. Wie bei uns alles eingepusht ist, aber bei denen nur Bot und... Ja, nur Bot. Hey, ich lebe wieder. Juhu. Wie ist da ein geiler Aff, meinst du? Die Katte hat schon 600 AP. Ich bin bei 200. Ich bin bei 500. Alter. Kann man nur, dass ich kein Damage mache. Nein, die kriege ich. Ja. Bitte, dass hier jetzt kein Blitz um die Ecke kommt. So scheiße, mal ein bisschen. Also, die Angriffsattacke W macht ziemlich ordentlich Damage. Ordentlich ziemlich. Oh, shit. Die sind bei dir. Renn weg. Pass auf, die Flaschen für dich. Glaubst du? Die haben gerade Barrel gemacht. Ich freue mal ein bisschen. Hui. Hallo. Hui. Wie ich den verarsch, Junge. Na du. Geile Bitch. Hui. Na, na, wisch ich dich nochmal. Ja, das wäre geil. Aber ich habe immer noch Flash. Jetzt habe ich nichts gemacht und ich habe Grab daneben. Ja, ich habe mich gerade oben. Ich bin hier reputiert. Dieser Blitz gibt's. Hui. Mal zwischendurch. Hat er dir fast gehabt? Nee. Gehs es. Gehs es. Ich kann nichts machen. Ich komme da nicht ran. Da gehs es. Raus. Raus. Okay. Ja, dich haben sie. Oh, das hat der Sound jetzt. Jawohl, Push verhindert. Watt, ich bin noch in den Ding rein. Watt, noch eine Sekunde. Du hast den zweiten Kill gemacht. Noch Abklingzeit. Keine Abklingzeit mehr. Ja, ja, die Killgye in kleinen Säcke. Ah, ich habe 20 Sekunden mehr. Mhm. Boah, Alter, ich konnte nicht mehr raus. Alter, nice. Uh. Jetzt habe ich aber noch eine Sekunde, bis ich wieder springen kann mit meiner Ulti. Das ist ziemlich geil. Ich bin Chase. Ach ja, ich mache wieder Defense. Defense! Toll. Läuft. Zu früh. Pass auf, der macht ordentlich Damage. Aber du auch. Alter. Jetzt aber los. Nein. Sandro voll konzentriert. Wahrscheinlich hinkt er dir so die Zunge raus. Ach so, wenn du, mach so einen konzentrierten Blick. Alter. Dafür kann man einen einfach haben. Du wusstest doch, dass da schon der Xin ist. Du musst da ganz schön hinterher. Aber ich wollte Brand haben. Boah, ich kann den Blitzkern, kann ich übrigens voll trollen. Wart mal. Mach mal lieber einen weg. Das meine ich ja mit trollen. Xin wegmachen. Okay. Ich kann nicht mehr. Alter, der hat mich hochgehauen. Ich konnte nichts mehr machen. Alter, die zerstören uns gerade. Drave macht wieder Split Push. Ich liebe es. Hallo, der macht einen Base Raise jetzt. Alter, der... Ja, ist doch gut. Nein, die sind schon nicht bei unseren inneren Türmen. Wir sind erst bei... Wir müssen das besser verteidigen. Okay. Defense. Defense. Gehen wir dich wieder hochheilen. Oh, naja. Das war's mit Draven. Warte, kann ich mir ein Ding leisten? Immer wenn ich Leertaste drücke, bin ich bei meiner Leiche gefangen. Ich kann hier nicht mehr das... Alter. Ich seh nichts. Ich weiß nur, dass ich scheiße bin. Boah, nächste Runde will ich mal Jinx spielen. Die ist bestimmt auch ganz lustig. Na, Hallöchen. Ah, Sack. Du bist gut nicht gekommen. Ja, ich weiß. Ja, da kommen sie jetzt alle. Du hast mich jemanden... Alter, diese Scheiß Morgana, ey. Du hast jemanden Assists bekommen. Und jetzt? Ja, Morgana. Kommt sie hinterher. Ich will lieber... Ich hätte sie verteidigen. Ja, verteidige du mal. Ich muss auch mal farmen. Ich kann Black King machen. Die oder wir? Nice. Wir müssen ja hier irgendwo sein. Ich bin schneller als du. Wo und nun? Keine Ahnung. Botlane. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ah, ich glaube, soll ich da rein? Nee, du... Gibt's es? Alter, ich bin eine Sekunde drin und schon wieder tot. Alter, der hat schon... Okay. Nice. Ich habe Brandfass. Oh, fast. Warte. Ich bräuchte mal irgendwie Sonias. Wenn ich... Sobald ich reinspringe, fokussen sie alle mich. Du wirst rumgeschoben wie der letzte Oberhomber bei dem Spiel. Nice. Das ist doch ein Kill. Ja. Come on. Alter, ich war richtig gut. Bitch. Doppeltiltung. Defeat. So, das war richtig gut. MVP war ich. Kein anderer. Bis dann. Ciao, Leute. Richtig scheiße. 2, äh... Wer sind... Looking... Now... Know? Man, man, man Man, 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 man Man, man, man Man, man, man Man, man, man Man, man Man, man Man, man Man, man